Moin und herzlich willkommen wieder bei Viktoria 3 mit Bremen. Ja, und die Intervention in den Bayerischen Bürgerkrieg letztes Mal hat ja leider nicht so ganz richtig funktioniert. Also fokussieren wir uns erstmal wieder auf unseren Kram. Da habe ich im Journal noch was ganz Interessantes gesehen. Die große Ausstellung zum Beispiel, eine Weltausstellung könnte man bald machen. Kunsthochschule Stufe 10 ist natürlich so eine Sache, aber den Rest hätten wir. Und wir könnten den wilden Westen Amerikas, ich weiß nicht so recht warum, aber warum nicht? Wir haben sowieso noch eine ganze Menge Strategie-Region. Und da brauchen wir noch ein Interesse an der Pazifikküste und das machen wir jetzt einfach mal. Nicht, dass wir das wirklich bräuchten, aber ich finde es eigentlich lustig. So, und dann könnten wir hier einfach nochmal... Er weiß, ob wir in den Ecken da mal Kriegen führen oder da irgendwie intervenieren können. Und eine Interessantesphäre behalte ich mir einfach nochmal vor, falls man kurzfristig auf irgendwas reagieren will. Und nebenbei, wir hatten ja letztes Mal erforscht hier... ähm... gegen schwere Malaria. Deswegen wächst hier unsere Kolonie jetzt in schönem Tempo, während... hier die niederländisch-indische Kolonie nur sehr langsam wächst. Die haben wohl noch nicht die Technologie. Sonst nutzen wir doch das, um hier möglichst schnell zu kolonisieren, dass wir das vielleicht hier auch noch möglichst viel zusammenkriegen. Dann hätten wir hinten so eine schicke koloniale Basis. Ja, hier drüben ist ein bisschen das Problem, dass die Österreicher uns abgedrängt haben. Und das jetzt wirklich einfach nur so ein kleiner Staat an der Küste ist, wo man ein bisschen Kohle hat. Aber sonst auch nichts weiter. Spannendes. Nein, wir könnten die hier noch eingliedern. Einfach nur aus Spaß. Ja, oder weniger. Naja, ansonsten haben wir... Ja gut, wir haben noch die eine Interesse. Handelsrouten benötigen, Convoys. Also mal wieder die Häfen ausbauen. Bremisch-Ost-Neu-Guinea hat natürlich keinen Marktzugriff. Klar, weil die noch keinen Hafen haben. Und einfach schon mal mit auf die Liste setzen. Hier haben wir ja auch noch ein bisschen Zucker vor allem. Und von den anderen Sachen. Oder wenn wir gerade noch nicht dagegen sind. Hier Zucker und alles wurde gefühlt auch wieder knapp. Baut das einfach mal an. Und wenn euch hier die Convoys eng wären, dann müssen wir hier natürlich auch nochmal in die Häfen. Das sollte für den Moment reichen. Und eigentlich würde ich auch gerne mehr Kaserien schon mal bauen. Sonst, das müssen hier ja nicht unbedingt immer 40er Blöcke sein. Die generelle teilen sich das dann hier schon irgendwie unter sich auf. Letztkräfte waren da gerade, denke ich, noch genügend. Oder auch hier im anderen HQ gerne noch ein paar ran. Wie viele Leute habt ihr hier noch? 70.000, dann hat es 16.000. Dann bauen wir hier mal noch was ran. Hier, ja, ihr müsstet auch noch massiv Leute haben. Dann habt ihr sowieso schon ein paar Kaserien. Nur so, dass man für weitere Zeiten einfach genügend Leute hat. Glas und Papier knapp. Glas-Hütte, die X-te kommt ran. Und Papier können wir auch noch gerne bauen. Und ich hatte schon vor der Folge im Markt geguckt. Also alles, was sonst so teuer werden kann, ist auch wieder teuer. Werkzeug, Stahl. Die Klassiker halt. Chemie. Wie viel Eisen hier die Grundprodukte alles. Sonst auch mal noch eine Glas-Hütte ran. Also man kann im Prinzip von allem weiter bauen. Ach ja, und Motoren sind sogar richtig eng geworden. Genau noch was und ein wenig Chemie. Und noch Färbemittel einfach so und Färbemittel mit Seidenhebenproduktion. Wenn das gerade kurzzeitig Minus angezeigt war. So wie sich der Markt entwickelt, braucht man die Konsequenzen von allem. Einfach, einfach mehr. Einfach mehr. Die andere Seite des Zauns. Die Leute beschweren sich über den Unterschied in Sachen Lebensstandard. Ach, durch die politische Aufwicklung beschweren sie sich jetzt hier über den Lebensstandard. Was? Geht es den Menschen in den Niederlanden denn so viel besser? 17, äh, komm, 16,9 gegen 17,9. Wie ihr sagen, es ist nur ein weiteres Beispiel für die wirtschaftlichen Ungleichheiten. Ich will jetzt nicht irgendwie Radikale haben oder, dass die Beziehungen zu den Niederlanden schlecht sind. Paul und Bremen haben begonnen sich zu organisieren, um für ihr Wahlrecht bei Allgemeinwahlen zu kämpfen. Dorothea Sophia Schärfke von den Industriellen hat sich als eine der Leitfiguren dieser Bewegung herausgestellt. Eine lohnende Sache. Oder klingt wie das Gerede der Opposition. Na gut, meinetwegen. Die Bauern am Arbeitsplatz sind inzwischen auch zugelassen. Können wir das Gesetz eigentlich schon... Ah ja, und das ist auch... Ich wollte gerade sagen, niemand dagegen. Aber irgendwer ist ja doch immer dagegen. Sonst könnt ihr das auch nochmal durchziehen, dass wirklich, wie auch hier sonst die Gesetze meist ausgelegt sind, alle mitarbeiten können. Keine Unterdrückung oder sowas, zumindest von staatlicher Seite. Auf, dass ja möglichst viele Leute zusammenkamen, die ein hoffentlich hohes BIP generieren. Und zwar schon auf Platz 4, aber Österreich mit seinen 300 Millionen. Verteidigung mit Sachsen-Weimar möchte ich jetzt nicht. Dafür sind die einfach zu klein. Ich möchte sonst auch so langsam anfangen, hier die kleinen Staaten zu schlucken. Und falls es dann halt schon Ärger mit Österreich gibt, deswegen soll die Armee auch vergrößert werden. Ach hier, die neuen Zonen sind anerkannt. Dann kartiert mal den wilden Westen. Wir haben damit sehr viel zu tun. Warte. Was? In Indonesien geht uns nicht weiter an. Okay. Also wir sind ein General. Ah, wen schicken wir denn? Ubrecht von Tirpitz. Beziehungsweise einer von denen der Forscher, meine ich. Das müssen wir mal gucken. Wo ist, äh... Hier, Mecklenburg. Ernsthaft? Der, der der Forscher ist, steht hier nicht. Ach, dann schicken wir Hagen. Hier, der ist Nachschub-Experte. An sich, dass wir... Oh, Lasker wäre auch Nachschub. Aber der kommandiert hier, glaube ich, nur die kleinste Truppe, oder? Ja. War toll, dass wir den, der eigentlich ein Forscher ist, sind da jetzt nicht hinschicken können. Bin mal gespannt, was sich da am Ende herausentwickelt. Was haben wir hier? In Südafrika. Ein Bauernaufstand. Was ist genial? Ja, die sind isoliert. Der Hafen irgendwo... ...ist auf der Bauleiste. Und ihr braucht hier mehr... Die weiteren Häfen sind auch alle irgendwo auf der Bauleiste. Teuer ist noch Glas. Ja, das passt eigentlich auch schon. Okay, die Expedition kommt also voran. Schauen wir einfach mal, was passiert. Okay, oh, wieder 113 Gebäude. Aber das sind eine Menge Kasernen dazwischen. Brauchen die aber auch. Ah, Pasteurisierung heißt, wir können Kühllager. Achso, Strom und dann spart man ein paar Arbeiter an. Okay. So, mal eben durchgucken. Manchmal gibt es irgendwo neue Technologien, wo man da ganz über sieht, was man das machen kann. Hier könnten wir jetzt eigentlich auch mal anfangen, alles umzustellen. Wahrscheinlich irgendwo wieder ein, zwei Lebensmittelfabriken erobert, die noch anders gearbeitet haben. Wir haben hier unentdeckte Pflanzenarten. Achso, ein Mitglied der Expedition hat darum gebeten, dass wir ein paar Tage anhalten und Proben von bisher unbekannten Pflanzenarten sammeln. Natürlich, wir kriegen Prestige. Sind wir Gärtner? Wir kriegen einen Fortschritt. Äh, Prestige. Sind wir Gärtner? Komm, wir machen ein bisschen Fortschritt. Ich sehe, dass es komplett scheitert. Hier eben schauen. Okay, Kunststoff, das ist klar. Der eine produziert Seile mit, der andere jetzt nicht. Habe ich so eingestellt. Das zum Beispiel ist bei den Stadtzentren hier für ein Chaos. Kunststoff, Schule, Uni, das läuft alles. Endlich, ja, vielleicht gibt es hier manchmal kleine Unterschiede. In Staaten, wo schon die Arbeitskräfte knapp werden, dass die Kohle verfeuern zum Teil oder ähnliches. Und andere Staaten, die das halt noch nicht machen müssen. Warten denn auch die Marinebasis? Weil wir können hier doch schon mal irgendwie upgraden. Habe ich mir noch nicht sicher, es reduziert ja auch die Defensive, ob ich das wirklich will. Aber ansonsten hier gerne modern sein. Ja gut, und dass wir wenigstens hier unsere Heimatküste mal schützen können. Als wir mal wieder aus irgendeinem Grund mit Italien im Krieg sind, könnt ihr ja doch mal die Marinebasis weiter hochziehen. Die stellen noch ein. Das ist soweit in Ordnung. Alles weiter gebaut haben wir hier noch. Ne, keinen weiteren Krieg. Das ist immer so irritierend. Wenn die jetzt neuen Sachen sind, dann denkt man, oh nein, es ist alles schlimm. Aber es ist eigentlich mehr oder weniger alles entspannt. Ja gut, Stahl und Papier. Stahl ist irgendwie auch schon auf der Liste. Motoren waren vorhin aber auch eng. Okay, und jetzt ist nur das Problem, dass Stahl noch enger ist. Und die guten alten Werkzeuge auch mal wieder. Wie viele Werkzeugfabriken braucht man eigentlich im Spiel? Außer eine Ware, die man gefühlt immer ausbauen kann. Neutralitäten. Eine Expedition im Kreis. Die Expedition ist im Kreis gereist. Na toll, wir entweder eine zufällige Richtung auswählen. Oder darauf warten, dass man sich an den Sternen orientieren kann. Okay, hier könnte es gut sein, dass sie sich hoffnungslos verirren. Also wartet auf die Sterne. Dass man auch nicht den Kathograf schicken kann. Den ein General, der Forscher ist und Kathograf. Der wäre was gewesen für die Expedition. Aber genau den darf man nicht schicken. Vielleicht, weil es dann ja auch zu einfach gewesen wäre. Wer weiß. Ja, eigentlich aus mit... Ja, immer noch so viel Verrufenheit. Ist nicht gerade gut für die Diplomatie. Eigentlich aus können wir... Ah ja, bei denen sind wir mit Beziehungen verbessern. Die hassen uns sowieso. Auch haben wir verbessert mal in der Schweiz. Die sind ja hier irgendwie jetzt beigetreten. Haben die Italiener aufgehalten. Vielleicht kriegen wir die. Da ist noch gut. Die hassen uns Portugiesen. Aber wir haben langsam nicht mehr diplomatische Macht und alles. Äh... Ein Bär wurde gesichtet. Und wer ihr jagt den Bär. Es ging schief. Okay. Die Position erhält Gefahr. Na gut, wir haben inzwischen... Erfrauen auch alles drin. Sogar noch mehr Beschäftigtenrate. Reduzierte Geburtsrate war ja auch schon im Gesetz davor. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt noch mehr Beschäftigtenrate auch dadurch gewonnen. Durchführen auch in Staaten, wo es eigentlich schon ein bisschen knapp war, jetzt auch erstmal wieder genügend Leute haben. Der Holzpreis hat sich wieder beruhigt. Der war vor einer Weile auch schon mal... Einiges schlechter. Ich frage mich gerade, waren eigentlich bei den Kaffeln verbringten? Ah genau, ihr habt auch hier schon die neue Produktionsmethode. Und da war immer... Immer das Problem, dass eigentlich kein Öl da war. Aber inzwischen haben wir ja einiges an Öl. Das wir zur Not auch ausbauen können. Weil dann können wir hier direkt noch mehr Waffen produzieren. Ganz neuen Kasernen und so. Und setzt jetzt auch mal das Öl hier... Ja, ruhig gleich eine ganze Menge. Dann können wir auch eine ganze Menge verbrauchen. Weil wir könnten auch einfach hier das erhöhen. So, dann hatten wir den Technologien fertig. Ich denke, das mit den... Genau, Automobile. Die Verbrennungsmotoren. Das könnte man sich auch gleich anschauen. Das ist ja auch für die Armee mit der motorisierten Aufklärung. Für einen potenziellen Krieg gegen Österreich bräuchten wir mal ein paar Militärsachen. Zum Beispiel die Tiefenverteidigung. 30% Armeedefensive einfach geschenkt. Gehschütze wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber das hier kostet ja nichts. Und wie ist das jetzt mit den Automobilen? Wir haben ein riesiges Motorenwerk. Und das Automobile hat Gummi. Toll. Aber Öl haben wir ja. 260 ist ja 200 Automobile. Und dann ein bisschen schauen wegen dem Gummi. Wir haben noch irgendwo andere Motorenwerke. Hier, die vielleicht rein auf Motoren bleiben. Aber ihr macht dann da oben Automobile. Und dann können wir auch in der Armee motorisierte Aufklärung einsetzen. Die braucht Öl und Automobil. Das wird alles einen Moment dauern, weil schon jetzt die Zahl der Automobile nicht reicht für die, die vom Öl erst rechnen. Vielleicht brauchen wir doch noch mehr Öl. Auch wenn die schon eine bessere Produktionsmethode haben. Und wenn wir von den Hunden irgendwo noch Gummi auftreiben könnten. Am besten halt aus den eigenen Kolonien schon mal. Aber da ist nicht wirklich viel. Nebenbei von diesen Plantagen braucht man auch immer eh mehr, viel mehr als man denkt. Gerne auch mehr Zucker. Ja, weiter 127. Baut man ruhig schön weiter. Ich würde das jetzt gerade auch ein bisschen den Markt wieder... durcheinander. Aber wenn die dann hier langsamer mit dem Bau hinterher kommen, dann passt das wieder. Das machen eigentlich die Institutionen. Wir haben ja noch ein bisschen Bürokratie. Wir könnten da mal weitermachen. Was ich auch mal gerne ändern würde, wäre die Krankenversicherung. Weil die private Krankenversicherung bringt einfach so gut wie nichts. Die öffentliche Krankenversicherung. Da sinkt dann mal die Sterblichkeit. Nur sind die Industriellen schwer dagegen. Mit minus 20. Aber eigentlich möchte ich schon gerne erlassen. Auch wenn die anderen uns hassen. Bisher ist halt hier nur das Beste, was wir hätten. Minus 1% Sterblichkeit durch Wohlstand. Und davor ist halt einfach nichts. Oder vielleicht ist das 0,25% und da steigt dann, dass es hier oben 1% ist. Aber das ist einfach nichts. Also auch wenn uns die Industriellen dann vorübergehend passen, was soll's. Haben wir ansonsten einen Berg gesichtet? Wir sollen da draußen ein Berg im Namen Brems beanspruchen. Ach komm, ihr versucht es. Den Hagenberg da draußen. Warum nicht? Ihr habt einen Berg entdeckt. Und Gehorsam im Inhalte der Expeditation. 2 Leute haben sich fortgeschritten, um einen Spiritosenladen aufzusuchen. Ist also doch nicht so wild da draußen, wo ihr seid, oder? Bisschen Zivilisation ist da. Sie brauchen eine Pause. Die Expedition hat Fortschritt und Gefahr. Und die Expedition verzögert sich und die Gefahr wird... Na komm, verringern wir die Gefahr. Wird ja, glaube ich, einmal schon erhöht. Okay, jetzt sind wir schon im Minus. Ich glaube, es sind die Waren für die Militärgebäude, die gerade explodieren. Weil der Markt sich noch eben daran gewöhnen muss, die Ölproduktion... Wenn die irgendwann oben ist, dann wird das alles günstiger. Aber für solche Marktschwankungen haben wir auch 18 Millionen Colt-Reserven. Und der Wolkenkratzer ist gleich fertig. Ein Verteidigungs-Kotting Portugal, das klingt doch mal solide. Äh... Es ist mit Portugal los, ein Bauernaufstand. Verstehe gerade, warum sie womöglich Interesse haben. Ihr seid im österreichischen Markt drin. Was habt ihr denn noch? Nicht viel. Was hat euer Bauernaufstand? Ansonsten 19 Millionen BIP. Ein paar Kolonien hier und da. Ein tendenziell. Wenn die alles hätten, hätten die vielleicht schon ein paar Mann. Wie sie sind denn sonst so, eure Pakte. Zollunion mit Österreich. Und andererseits, die wollen uns doch wahrscheinlich nur... ...in der Hoffnung, dass wir hier in diesem Krieg eingreifen. Was ist denn, wenn dann einfach die Spanier kommen? Also... Klingt zwar nett, aber ich würde es dann doch eher lassen. Sollen die Österreicher da doch eingreifen? Waffen, Preis und Keller. Wahrscheinlich, weil wir durch die Umstellung jetzt auch wieder viel zu viel produzieren. Ja, dezent. Aber ein paar Kasernen werden noch gebaut. Also, aber so eine kleine Exportroute. Klein, sag ich. Das sollte noch aufgehen. Aber der Wolkenkratzer ist fertig. Bis in den Himmel. Der Wolkenkratzer in Elbe. Der Bau, nee, in Hamburg. Das ist natürlich immer in Bremen. Das Spiel hat halt irgendwann Hamburg zur Hauptstadt gemacht. Aber es ist in Bremen. Sagen wir so. Wir halten. Plus 25 Prestige für fünf Jahre. Und was genau kann der Wolkenkratzer? 25 Regierungsverwaltung durchsetzt. Okay, das ist nett. Weil dann unsere Regierungsverwaltung theoretisch noch mal... Ah, das steigt auch an. Noch mehr Bürokratie hier holen sollte. Könnte noch ein Luftschiffanleger bauen. Für ein bisschen Prestige, wenn man das erforscht. Ja, gut. Und... Achso, du hörst noch mehr in den Durchsatz erst mal. Also, der verbessert einfach die Verwaltung vor Ort. Der Wolkenkratzer. Und man kann damit angeben, dass man ihn hat. Wer ist das? Ach ja, wir haben jetzt ein Interesse hier hinten. An der Pazifikküste für die Expedition. Rüben, deswegen Mexiko gegen die USA. Hey, Afrika? Ach, wer will jetzt mit uns sprechen? Mexiko versucht uns zu beeinflussen, dass wir uns gegen die USA stellen. Und 50... Aber die USA haben doch eine Riesenarmee, oder? Okay, die hassen uns und alles. Aber ja. 56 Bataillone Berufssoldaten, aber über 500, die sie noch dazu rufen können. Das fände ich jetzt schwierig. Was hat... Okay, wen habt ihr da gerufen? Jemand mit zwei Bataillonen. Wir haben übrigens jemand mit zwölf Bataillonen. Also nein, danke. Meine Armee nicht für solche Abenteuer aufs Spiel setzen. Was haben die Briten? Nein, Handelsvertrag. Hat er ja jetzt... Äh... Protonischer Aufstand. Immer wenn man nicht hinguckt, ist doch plötzlich mal was los auf der Welt. Handelspakt. Ich hatte ja eigentlich gehofft auf... ...ein Verteidigungsabkommen. Mögen wir uns wieder. Das ist alles ganz nett. Aber das ist noch zu weit weg. Aber werden wir nicht mehr berüchtigt. Da... Naja, aber ein Handelspakt würde ich ablehnen. Wir haben im Moment genügend Bürokratie, dass wir jetzt nicht aus den Handelsroutenzwang etwas raus brauchen. Und dann hätte ich lieber jedes bisschen Zolleinnahmen. Ähm... Bis die das hier geklärt haben mit der Produktion und allem. Dann müsste mal doch... Sonst können wir vielleicht vor den ganzen Kassieren nochmal das neue Öl schieben. Das ist gerade glaube ich eins der Probleme, dass hier nicht so viel läuft. Jetzt... Gehen Motorenwerk auch nicht schlecht. Und das wäre ich mal darum kümmert, dass hier das ein bisschen günstiger wird. Und übrigens Herrscher. Das hatte ich auch noch vor der Folge gesehen. Irgendwann sterben sie schon und es kommen die nächsten. Aber die werden sehr alt hier zum Teil. Hier ist jetzt schon ein neuer. Hier in Russland. 83... 91... Sehr, sehr viele ältere Leute dabei. Harte Arbeit und harte Arbeiter. Die Kleinbürger und Gewerkschaftler sorgen für Konflikte in der Regierung. Dann bin ich eher für die Gewerkschafter. Die Schweiz möchte einen Verteidigungspakt. Was sind wir denn so interessant diplomatisch? 16,24. Bürgiges Land, wenn die da einen guten Defizit-General haben. Also da bin ich geneigt, den Pakt anzunehmen. Ihr seid im französischen Markt, okay. Ich meinte, wir haben letztes Mal ein Weilchen ganz gut gegen die Italiener sich gehalten. Bieten an eine Verpflichtung, uns gegenüber einzugehen. Ja, das können wir machen. Ja, jetzt fehlt es hier schon überall an Waren, Motoren, Öl. Alles sowas in die Richtung. Ich habe schon das größte BIP pro Kopf weltweit. Aber Österreich ist halt auch ein ziemlich großer Staat und nur ein knappes Stück hinter uns. Und wenn die schon so weit BIP haben, dann... Das ist schon unangenehm. Hier ist es gerade. Mexiko lenkt ein. Das war ja nun auch ein bisschen sehr übertrieben zu hoffen, dass das funktionieren kann. Und zu hoffen, dass die Militärmacht andere Leute einen da rausholt. Und zwischen hier sogar schon Rang 3. Kinder des Lebens. Die Expedition wird mitten in der Nacht geweckt. Mit der Zeit, der tönen unmenschliche Schreie, gefolgt von einer weiblichen Stimme. Ein Baby. Uns um das Baby kümmern. Das wäre das Beste. Ne, komm, ihr nehmt die natürlich mit. Vielleicht nicht ganz der beste Zeitpunkt, wenn das draußen irgendwo in der Expedition, in der Wildnis geboren wird. Aber wenn schon, denn schon, dann gibt es auch mit. Da, Stahlpapier. Die üblichen Verdächtigen, wie vielen. Und Automobile. Die noch neu sind, weswegen sie noch nicht zu den üblichen Verdächtigen hören. Aber so wie sich das gerade entwickelt, wohl bald dazu gehören. Was ist jetzt wieder alles los? Die Stimme der Revolution. Nennen Sie jetzt an, was sie zu sagen haben. Oh, das klingt gefährlich. Ich glaube aber, die Industriellen sind gerade nicht so gut drauf, oder? Weil wir hier ein Gesetz geändert haben mit der Krankenversicherung. Also klingt das gefährlich. Nicht genügend Gesundheitswesen. Ja, warte. Das ist doch genau das Gesetz, was wir machen wollen mit der Gesundheit. Wir haben genügend Bürokratie. Konzentrieren wir uns ganz auf das Gesetz. Plus 20%. Hier haben wir plötzlich beide Seiten so viele Einheiten. Radikale. Genau, der Haustummel. Radikale Österreicher. Das ist ja jetzt interessant. Wir haben ja auch eine ernstzunehmende Armee. Das machen wir hier mal eben. Die Expedition hat darum gebeten, dass eine eintige Rast eingelegt wird, damit man die örtliche Tierwelt fotografieren kann. Nee, komm, dafür fehlt uns die Zeit womöglich. Also Bayern ist denen beigetreten, so weit so gut. Aber das könnte die Chance sein, hier vorzudringen in Deutschland. Und anderen eben Krieg zu unterstützen, das kann ja immer so eine Geschichte sein. Aber wenn wir Bayern angreifen würden, versuchen das zu nutzen, dass die Österreicher nicht recht helfen könnten, weil die gegen ihre eigenen Radikalen kämpfen. Ach, und schön, dass die Österreicher irgendwann doch mal Probleme mit sowas hatten. Die haben hier Start, die haben es ansonsten hier in sehr, sehr solide geführt. Ja, wäre es natürlich umso wichtiger, wenn hier mal... Okay, Öl ist bald fertig. Aber ein paar Gebäude fertig werden hier. Lass die Preise für die Militärwaren sich mal wieder normalisieren. Na gut, wenn wir das... Ach ja, noch ein Waffenstillstand in Bayern, stimmt's? 1905, ja, das ist jetzt ungünstig. Hm. Hm. Oder wir versuchen in Ruhe hier einen Zwischenstaat zu erobern, einfach mal. Mit so guter Beziehung. Irgendwas ist immer. Ja, die mögen uns tatsächlich. In Österreich, die mögen uns jetzt nicht. Aber da haben wir keine Verbindung oder so. Und ich meine, die Interessenzone müssten wir da haben. Die Interessenzone ist nicht das Thema. Also wir könnten natürlich hier offen auf der Seite der Radikal-Österreicher beitreten. Aber dann können wir ja selbst keine Kriegszähle festlegen und so ein Kram. Also die würden dann ja die Partei anführen. Wir könnten auch die Möglichkeit jetzt nutzen, hier Zwischenstaaten zu erobern und dann halt eine Grenze zu Österreich schon mal zu schaffen. Während die da irgendwie in ihrem Krieg sind und wahrscheinlich nicht intervenieren. Ich finde, das liegt sonst nach einer guten Idee, hier einfach mal Sachsen zu schnappen. 2 Millionen BIP bei 2 Millionen Einwohnern. Die werden sich doch eh freuen, wenn sie auf unsere Seite kommen. Wir würden sogar ein Bündnis bilden. Faszinierend. Aber nein, danke. Weil die Beziehungen sind sogar so gut. Müssen die erstmal beschädigen. Sonst geht es jetzt daran, hier sich diese kleinen Starterei zu schnappen. Die uns leider alle mögen. Ich will jetzt nicht unbedingt Diplomaten ausweisen. Wenn nicht mal jemand Neutralen ist. Weil dann kriegen wir hier wieder Verrufenheit rein. Okay, und dann sehen wir es erstmal, schauen wir ein bisschen zu hier. Bei den Radikalen wer gewinnen könnte. Marzburg, ähm, wenn ein General vielleicht sich mobilisiert. Ubrecht und Türpitz beispielsweise. Der nächste, ach ja, die Sachsen, die mögen uns zu sehr. Bin auch noch dabei, die Beziehungen zu verbessern, kontinuierlich. So, wen haben wir hier? Die Hessen. Ah, sehr schön. Ihr mögt uns auch nicht zu sehr. Aber wir müssen wahrscheinlich erst das Diplomatie-Spiel da zu Ende bringen. Weil ich jetzt kaum glaube, dass irgendwer hier auf der gegnerischen Seite beitreten wird. Und wir mit einer Armee einfach durchkommen. So, habt ihr das mit dem Öl hier mal langsam gebaut? Ja. Aber euch fehlen jetzt Motoren. Irgendwas ist immer, oder? Weil wir den Motoren hier haben. Und euch fehlen Stahl und, okay, Gummi ist ein Thema. Das stimmt. Ich glaube, es wird ein bisschen was angebaut, noch mehr. Aber das reicht einfach nicht. Gehen wir das aus Skandinavien. Dann geht das hoffentlich weiter. Gummi ist beigetreten. Frankfurt und Nassau. Essen. Äh, wie auch immer. Das dann, ne? Machen wir halt einfach gleich weiter. Das ist nur dann nur eben einem anderen General Bescheid sagen, dass er auch noch bitte mobilisieren möge. Okay, wir haben jetzt sogar schon drei Fronten. Dann müssten wir noch im dritten Bescheid sagen. Und zwar nicht den, der gerade hier auf Expedition ist. Typisch kaum, äh, ist zu Hause Arbeit und so, ne? Schon nicht da. Hatten wir nicht mal vier Generäle? Ich meine, und einer von denen ist auf Expedition, wo? Wollt, äh, hä? Na gut, dann rekrutieren wir halt noch jemanden neuen. Ich meine gut, der vom Reim, der hat gefehlt. Das hat man wohl gemerkt. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Thorning. Der ist aber gut und offensive. Offensive Forscher. Na, der ist gleichsinnig. Der, die machen so viele Patzer. Nehmen wir dich. War der General vielleicht vorhin auch schon nicht da? Wird einfach gestorben? Könnte sein. Dann würde ich mal, dass du auch gleich ausreichend Männer hast. Und dann... Ich glaube, an der Front hatten wir jetzt noch niemanden. Wollen wir sonst noch einen kleinen Start beitreten, dann können wir uns auch direkt darum kümmern. Außer natürlich, äh... Da aggressive Expansion ist natürlich auch nicht ohne. Schlechte Nachrichten. Ah, die Verlobte von Albrecht Hagen hat einen anderen Mann geheiratet, während er draußen auf Expedition ist. Wenn man trauern, er wird eine andere finden. Lassen wir ihn ein wenig trauern, auch wenn das Fortschritt kostet. Als sich die Erde auftat. Auf dem Weg durch die Berge schließt die Expedition auf eine gefährliche Schlucht. Der Führer empfiehlt, diese nicht zu durchqueren, stattdessen einen sicheren Weg außenrum zu gehen. Gehen wir auch nochmal sicher. Dann hat der General noch mehr Zeit, darüber hinweg zu kommen. Dass seine Verlobte jetzt einen anderen geheiratet hat. Jetzt derweil hier aus. Die Schweiz tritt noch bei den Radikalen bei. Interessant. Gut, wir können jetzt auch nicht mehr beitreten. Sehen wir es einfach als Gelegenheit. Österreich ist abgelenkt. Und wir können, denke ich, ohne große Probleme in die ganze kleine Starterei dazwischen einsacken. Natürlich auch wieder ein bisschen Minus. Wie sieht es auf dem Markt aus? War ich natürlich auch einer unserer wichtigsten Handelspartner. Wir haben vielleicht etwas anderes zu tun. Also Motoren fehlen. Automobile fehlen. Wobei Motoren, das ist wirklich kritisch mit den 75. Der Rest passt hier schon. Aber wenn Automobile auch gleichzeitig fehlen, heißt das, man kann diese Motorenwerke einfach noch deutlich vergrößern. Äh, was ist das? Bali. Doch drei. Achso, die Ostindien-Kompanie. Die bringt wohl eine Menge mit gegen Spanien und Indonesien. Aber das geht uns nicht so viel an, finde ich. Hier mobilisiert. Weiter, eure Truppen. Wir haben aber auch eine Menge. Unsere Menge sollte ja wohl ausreichen. Krieg mit Schwarzburg. Und wenn man schon dabei ist, mit allen in der Umgebung. Man muss die ja jetzt nicht unbedingt stehen lassen, hier. Dann haben wir hier Schnee am Boden. Expedition macht sich über das Wetter Sorgen. Und weiterziehen oder, naja, beherzigt die Wahrnehmung, meinetwegen. Neue Aufgabe. Je weiter die Expedition voranschreitet, desto wichtiger ist die Priorisierung der Aufgaben. Deswegen Hagen den Überblick darüber behält, was jeder zu tun hat. Die ungehorsamen Entdecker haben mir doch bereits erklärt, dass wir dieser Entscheidung nicht einverstanden sind. Naja, dann müssen wir die Jagd priorisieren. Er schneit nicht mehr. Sehr schön. Sonst wären die da richtig ungünstig in den Winter gekommen. Also ihr dürft das 6 zu 1 hier mal locker gewinnen. 121 Offensive. Hat was für sich. Wie ist die Jagd ausgegangen? Wir haben ein Gebiet gefunden, in dem zahlreiche Tiere leben. Was sollen sie jagen? Kein Risiko eingehen? Ja gut, die hat kleinere Tiere. Geht auf Nummer sicher. Marzburg ist damit besetzt. Ihr macht hier weiter. Wie jetzt hier. Hier haben wir eine Schlacht, wo die Gegner sehr stark mit drin sind. Aber das sollte ja trotzdem passen. Einen da aus Frankfurt könnt ihr auch jetzt so zusammenschlagen. Das öffentliche Krankheit, sehr schön. Können wir auch mal in den Institutionen das mal ein bisschen ausbauen. Um die Sterblichkeit endlich mal vernünftig zu senken. Das geht verloren, aber auf Dauer werden die sich da auch nicht halten können. Wie ist bei euch so der Zwischenstand? Die radikale Armee ist vielleicht zahlreich, aber nicht so gut ausgebildet. Aber noch haben sie etwas besseren Kriegswillen. Müssen wir auf Dauer mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und wie haben sich jetzt die Generäle verschoben? Wird angeblich alle am voranschreiten. Okay, die haben sich jetzt alle dahin gestellt, aber einer darf auch noch gerne in Frankfurt einmarschieren. Nur so, um das zu Ende zu bringen. Ein leichtes Minus. Das ist aber kein Thema bei den Reserven. Aber vielleicht wird es Zeit hier... Achso, es sind schon Motorenwerke ganz oben. Sonst hätte ich gesagt, mal ein paar von denen hochzuschieben. Aber wenn, dann läuft das eh schon so. Was haben wir hier? 116 Offensive. Ja, das... ...hat was für sich. Und ihr dürftet hier in Frankfurt einmarschieren. Sehr schön. Trotz ein wenig Verwirrung in den eigenen Reihen. Ist die Front hier auch durch und dann müsst ihr euch nur noch da durchkämpfen. Bremen hält die erste Wahl seit der Ausweitung des Wahlrechts auf Frauen ab und läutet damit eine neue Ära der bremischen Demokratie ein. Äh, ja. Ja, ja, das... Okay. Was ist schon hier? Okay, ihr habt ja auch gleich diese Schlacht gewonnen. Und dann haben wir hier endlich mal wieder ein gutes Stück Fortschritt gemacht. Achso, die Wahl... Ja, wir haben irgendwie zwei ernstzunehmende Parteien. Ach, jetzt hier... Die Intellektuellen haben ihre eigene Partei. Und die Industriellen sind jetzt zu den anderen in die große Partei gewechselt. Aber... ...und sieht uns großartig aus. Ah, ihr habt die Expedition im Wilden Westen abgeschlossen. Wenn wir gleich den Krieg durch haben. Das ist ein Salzsee. Okay, sie haben einen großen Salzsee kartografiert. Wunderbare Neuigkeiten. Albrecht Hagen wird jetzt Forscher. Was im Allerdings jetzt auch nicht so viel bringt. Ein bisschen Beliebtheit. Und wir kriegen noch ein bisschen Prestige drauf. Und wir können Telefonvermittlung in Großbritannien aufmachen. Können wir gerne machen. Gehört die Beziehung. Reicht es vielleicht dann hier für... Wahrscheinlich weiter nicht. Ein Verteidigungspakt leider nicht. Aber die Verrufenheit ist halt weiterhin ein großes Problem. Und hier mit den Eroberungen wird es ja auch nicht besser. Ich glaube, wir haben alle Fronten gewonnen. Wir müssen jetzt nur noch eben... ...sehen, bis der Kriegsfelder halt total am Boden ist. Was aber gar nicht mehr so lange dauert. So, wie läuft es bei den Radikalen? Ja, also das mit den Verlusten ist weiter eine eindeutige Sache. So, müssen wir bei den anderen den Kriegswillen auch noch aussitzen. Aber zumindest fällt der österreichische Kriegswille etwas schneller im Moment. Wenn auch nicht zu viel. Hier, Österreich wird irgendwas machen. In Südafrika sollen sie doch. Ja, gut. Sie würden die Verträge ihrer totalen Allektion auch nicht unterschreiben. Da müssen wir noch eben ein paar Wochen warten, bis ihr Wille wirklich auf Null ist. Aber dann sind wir auch schon dabei, den Teilstaat Hessen zu holen. Da ist das Problem, es ist nur ein Teilstaat. Frankfurt gehört, glaube ich, auch noch da rein. Und dann hat Bayern hier halt auch noch einen großen Teil Hessen. Also wir haben hier erstmal so ein wenig Teilstaat erhalten. Aber zumindest jetzt dann auch demnächst mal eine vernünftige Grenze zu Bayern. Wo man sicher, wenn da mal wieder ein Aufstand losbricht, jetzt auch was Vernünftiges machen könnte. Und wenn die da jetzt gleich mal endlich kapitulieren, ist ja unser Krieg vorbei. Dann sparen wir erstmal wieder eine Menge Geld. Jetzt auf dem Markt aus. Opium. Haben wir nicht. Da ist wieder nur ein Gebäude, das man übernommen hat mit einer falschen Produktionsmethode. Brauchen, dass man was erobert. Schon hier alles wieder im Chaos. Ja, bei den Eisenminen auch ein lustiges Durcheinander. Wie viel? Ach ja, wir haben ja in Frankfurt, glaube ich, eine Menge Schwefelminen. Aber so eine Kleinkammeranpassung, das kann ich eigentlich auch außerhalb der Folgen machen. So, konnten die Grenze hier so ein bisschen ausbauen. Auch so leicht in Sachsen rein. Was haben wir da noch? Sachsen an sich als Staat. Die uns aber noch zu sehr mögen, dass wir, oder insgesamt sind die Beziehungen noch zu gut. Dann haben wir noch Sachsen-Weimar. Die könnten wir erobern. Einfach mal hier Schluss machen mit der kleinen Starterei. Hey, wir haben Platz 1 erreicht. Aber man muss auch sagen, ein Teil unseres Prestiges ist gerade auch nur prozentual. Ja, durch die Kartierung der Großen sehen, das wird bald wieder weggehen. Also es ist ein netter Zwischenerfolg, aber noch können wir uns dieses Ranges nicht sicher sein. Wir müssen erst mal sehen, unsere Position weiter auszubauen. Und die spannende Frage ist natürlich hier, wenn es weiter laufen wird, können die Radikalen die Österreicher schlagen oder nicht? Bis wann hat man noch mal Waffenstillstand mit Bayern? 1905. Das wäre eigentlich die Gelegenheit, hier mit reinzugehen. Aber wir könnten ja sonst vorläufig hier die ganze Grenze abräumen, wo die Österreicher wahrscheinlich interveniert hätten. Und uns das jetzt einfach holen und, ja, sich vor fertige Tatsachen stellen. Wenn auch hinten alles los ist. Und wer weiß, wenn der Krieg lang genug dauert, könnten wir dann ja vielleicht doch auch das geschwächte Bayern noch angreifen. Und eindeutig dafür sorgen, dass wir das Sagen in ganz Deutschland hätten. Aber eins nach dem anderen. Erstmal ein bisschen die Kleinstarterei und der Markt braucht auch mal wieder ein bisschen. Wir haben zwar jetzt nichts mit plus 75%, aber wirklich toll sieht das nicht aus. Was wollen die denn so viel Fleisch haben plötzlich? Ach, Handelsrouten. Ich habe mich jetzt schon gewundert. Ich weiß, es wird viel rausgehandelt. Aber gleich so viel. Ja, und hier gibt es auch mal wieder genügend zu tun. Na ja gut, aber alles weiter ausbauen. Und ich bin sehr froh, dass hier diese Revolution ausgebrochen ist. Dadurch denke ich, kann man jetzt entspannt hier weitermachen. Naja, und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Musik